Nach einem herausfordernden Shooting geht es für zehn meiner Mädchen am nächsten Morgen zu einem wichtigen Casting nach San Diego. Die Vorauswahl hat der Kunde anhand der Set Cards getroffen. Mein Name ist Andreas Konze und ich bin der Marketingleiter von Deichmann. Mein Name ist Gisela Kraft, ich bin die Kreativdirektorin für den Kunden Deichmann. Es geht um die wichtigste Fashion-Kampagne für Deichmann für Frühjahr-Sommer. Hallo, ich freue mich, dass ihr hier seid. Wir suchen das Gesicht für unsere neue Modekampagne. Eine große Herausforderung, weil ihr tretet in die Fußstapfen von Ellie Goulding. Die Nachfolgerin von Ellie Goulding sein, das ist natürlich nicht schlecht. Die Challenge heute sieht so aus. Jeder darf sich ein paar Schuhe aussuchen und sich dann dazu entsprechend stylen. Dann gehen sie in eine Fotobox. In der Fotobox wartet ein Mail-Model auf sie. Hi! Und sie müssen eigentlich dann um die Aufmerksamkeit dieses Models kämpfen. Ich finde das wirklich cool. Er ist richtig fesch eigentlich. So braune Haare, blaue Augen. Ach, er ist so attraktiv. Als erstes würden wir gerne Toni und Viktoria sehen. Wir freuen uns auf euch. Ich bin mega begeistert von dem Casting und ich freue mich jetzt total auf die Challenge. Und weil ich ein Turnschuhmensch bin, habe ich mir jetzt die Turnschuhe genutzt. Es geht darum, sich für einen Style zu entscheiden, um eben auch so ein bisschen zu sehen, wie interpretiert unser Model seinen Schuhstyle mit einer entsprechenden Oberbekleidung. So Crop-Top, das und dann die Schuhe. Ja, das würde ich auch so viel ertragen. Machen wir es dann immer so ziehen. Auch wenn es ein gemeinsames Shooting ist, ist es ja auch ein Konkurrenz-Shooting. Ich hätte versucht mit Toni nicht so oft eine reinzuhauen. Ja, und ich versuche nicht mit meinem Schuh dir so ins Gesicht zu drehen. Na, perfekt. Ich werde mich ja eh auf Jacob konzentrieren. Dann wirst du wahrscheinlich sogar gar nicht mit auf den Fuss. Wir achten natürlich auf Beine und Füße, damit die Schuhe schön zur Geltung kommen. Daneben gilt es tatsächlich so authentisch wie möglich, seine Gefühle zu zeigen. All das wollen wir heute sehen. Wie viele Bilder haben wir? Drei Fotos. Fress the red button. Ja, okay. Okay, Toni, I need your face. Ah, guck mal, jetzt hat sie Perücke. Genau. Ja, das ist ja ganz witzig. Oh nein. Das war ja sehr witzig, euer Shooting, vor allen Dingen mit der Perücke. Ja. Das hat uns sehr gut gefallen. Ja, ich fand auch schön, die Idee mit dem Schuh noch. Das ist natürlich aus Kundensicht. Ja, ich musste irgendwas überlegen, damit ich meinen Fuß wieder hoch bekomme. Ja, aber das ist gut gelungen. Schön. Stylings finde ich beide sehr schön im Übrigen, sehr passend. Also für mich wirkt das sehr authentisch auch vom Style. Mir gefällt das auch gut. Habt ihr prima gemacht. Vielen Dank. Dankeschön. Danke. Ciao. Sehr einfallsreich, was die beiden da inszeniert haben. Und damit haben sie sich auch eine gewisse Präsenz geschaffen in der Fotobox. Beide gut. Und wie war's? Das war mega. Jacob ist so nett. Der ist so süß, wirklich. Ja, also wir haben eigentlich nur Positives zurückbekommen und deswegen sind wir, ja, gut drauf. Die Schuhe sind endgeil. Es ist immer wichtig, dass man einen Job bekommt und es würde mir natürlich auch helfen, weil eben mein Shooting nicht ganz so gut liegt diese Woche und deswegen hoffe ich, dass ich heute diejenige bin, die einen Job bekommt. Dann battelt mal um Jacob. Es ging darum, den Typen anzuflirten. Es ging darum, die andere auszustechen und ich hab mir dann überlegt, so, ja, wie kann ich das so ein bisschen springen? Und dann hab ich mich einfach in das Herz reingestellt, wo war ja, ich glaub, das fand sie am Ende nicht so cool. Das war ja ein Battle. Hat einer das Gefühl, er hat gewonnen, oder? Ich hab gewonnen. Was sagst du? Ich hab ihn als erstes mit dem Herz überzeugt. Wir sind zwei Sieger. Danke. Danke. Tschüss. Tschüss. Und Pia hat ja von sich behauptet, sie hat den Battle gewonnen. Da stimme ich ihr sogar zu. Für mich hat sie tatsächlich in der Box überzeugender agiert und hat ein bisschen Anne dominiert. Also meine Partnerin ist ja die Bruna. Bruna ist irgendwie gerade nicht so gut drauf. Irgendwie kommt es mir so rüber, als hätte sie gar nicht so richtig Lust, den Job zu bekommen. Als Tag, dass ich mich gut drauf mache, als Tag, dass ich mich gar nicht so gut bin. Ich glaube, dass es andere Mädchen geben würde, die sich da auf jeden Fall mehr bemühen würden, einen guten Job zu machen.